Wunderschön und in letzter Minute gerettet von Wilco Defoe, der für den verletzten Karelse ins Tor kam. Auf der Bank, Henk Voss, von den Fans nicht gerade gelitten, viel ausgepfiffen, Ronald de Kuhmann, Ronald de Kuhmann, Ronald Kuhmann und seine Kollegen verfassten einen Brief und sagten den Fans, respektiert den Henk Voss, den brauchen wir. Und den wird Feyenoord nicht mehr lange haben, Taubend, er wandert ab in Richtung Benfica, Lissabon, früher ein glänzendes Paar zusammen mit Richie Blinker.